Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Wankmusik Siege. Heute mit Max... ...Moritz und Toni. Gut erkannt, dass ich dabei bin. Bin stolz auf dich. Ich hab gerade überlegt, ob ich Cobra sage, aber ich hab's vergessen... Warte Lüge, ich hasse dich! Alles klar. Oh, Kränze, nice! Wir spielen Wank, Kränze und... ...spielen Wank. Wank, Kränze! Wank, Kränze. Das ist aber schön hart an der Grenze. Wieso sind denn unsere Kapitspieler im AFK? Ja, die sind angepisst von dir. Ja, sorry. Wir sehen alle nur Marcel Hoppo, ach der riegelt das schon, kann ich ja der Weide mehr entfetten. Ja, gerade eben war die Runde eigentlich ganz kurz. Ich hab den Kitzel aufgenommen, hab ich noch nie geschafft. Ja, sag ich ja. War jetzt tatsächlich ernst gemein. Oh mein Gott, du meinst das ernst. Tötet es, bevor es Eier legt. Wir sehen halt, Marcel Hoppo ist ein krasser Dude, der macht das. Ja, hab ich schon meine Videos gesehen. Ja, hab ich schon meine Videos gesehen. Das ist Ruhe. Meine Augen sind müde, ich seh nicht mehr so viel. Wir arbeiten hier. Ey, die machen. Oh, Warte mal! Ich finde das doch geil, wenn ich das Lug macht. Ja, das wird scheuer. Ich finde das geil. Wenn man das Ding aufmacht, ist noch gar nicht so, dann kommt voll viel Schaum raus. Alles da Marcel. Marcel, möchtest du dich vielleicht outen? Nein, ich mach mal die Tür vorne zu. Äh, nein! Ich hab dein Ederding kaputt gemacht. Ich hab dein Ederding kaputt gemacht. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Ich hab nur da die Tür zu gemacht. Ja. War alles geplant. Kack, kack, kack. Marcel, in welchen Gruppen trittst du dabei? Ja. Klappe kommen zwei Leute mit Drohnen. Na, außen ist was am Fenster. Letzte Kern. Hinter diesem weißen Kasten. Ich hab den Schockdrohne zerstört, easy. Heu. Zheng, vlock, wlock. Zack, du glaubst, w appendlen. Check, identification als meine Versuch. Willst du halbsten den keer? Ich mach ungefähr jetzt. Kann man nicht mehr helfen. Wird er most ot kommer nach? Ja, j��oz' teleportiert im Trick! Bernari weg! Uiuiuiui Das ist keine Masse, oder? Ja, ich konn nirgends wohin Ich wurde ausgetrunten, alles Oh my god Ja, ihr seid Spacko Dann hat mein Internet rumgeleckt wie sonst Was auch mein Spiel, was auch immer Nimm das Mission fail Die verdruckt, gestärbt immer Nee, du musst gewinnen, ganz ehrlich Ich bin doch selber Nee Ich hab die letzte Runde schon alles getan, jetzt musst du machen Ja Warum haben wir dann verloren, wenn du alles gegeben hast? Ja, weil ihr nichts gegeben habt Ohhhh Ja, okay Ja, mein Fatschan, bitte Nee, ich bin made Aber ohne die Schärfer Doch, genau du nimmst den Nein Nein Muss nicht Wann nimm ich'n? Nein, hier ist glaub ich auf jeder Position ne Außenwand, die wir aufmachen können Ich geh rein, implanted hinter mir, fertig Okay Max, du schaffst das Frei theoretisch ist das easy Ich werd wieder auf dem Tropfer Ihr merkt euch den Affen auf und ich mach damit Ja Ich hab's natürlich wieder vergessen Ja, ich auch Also rein, raus, dort Nein, äh Raus, rein Raus, rein, raus, rein Raus, rein Nein Ausstellungsstück Alter Hier in der Garage Der Garage In der Garage In der Garage Was ist denn hauptlobben? Was willst du denn spiel nicht auf Englisch, äh auf Deutsch? Ja, ich hab den Titel wieder auf Deutsch gestellt Ich komm damit nicht so klar, wenn es auf Englisch ist Stimme ist auf Englisch Jetzt sagt er wieder Guck deine Videos, dann siehst du's Guck deine Videos nicht Was ist denn hier los, mein Gott? Schreck dir kein Geld Ähm, was ist das Geld? Dann die Videos, die nicht monetarisiert werden Geil, danke Kein Problem Nein, echt? Add you Me Ich hab da jetzt ne Renate rein Eine Wand ist nicht verstärkt Steckt Haben wir Ash? Ja Ash, das geht nicht Die Mira steht nicht, ich kann die Mira Das ist ne Ella Die steht da Ist immer noch da? Da die falsche Wand Oh ja, siehs Ella steht immer noch in der Scheibe Moin Komma Das ist schon offen Ich bin hineingedrungen Jo man Einfach hinter mir planten, komm Max, das wäre dann dein Na, sag Ja, wenn er planten würde Von da war auch einer Marcel, ne Achtung, Smoke-Granate Leckungsfeuer, hat geglückt Nach hinten, den Raum hinter euch treffen Da geradeaus ist einer, Mira Da kommt sie Da kommt sie Vor mir ist Smoke Penster ist auf Der ist tot im Fenster Smoke ist direkt vor mir Haben wir gewonnen? Ja, ja, nice Oh, nice Geiler Punkt, der hat gerade 22 Endlich hat er die Rolle als Anführer Angenommen Ja Jetzt aber gewinnt Wir haben ihn so lange belabert Ja Alles klar, Ella, perfekt Ich hab gehört, rekruten Okay An sich wäre ein Puls nicht schlecht Das ist ja pulsieren Wenn dann einer kann Nee, den hab ich noch nicht gekauft Krass Den hab ich noch nicht gekauft Wobei du den gekauft hast Heißt das nicht, dass du ihn spielen kannst Das kann tatsächlich nicht jeder Was? Oh mein Gott Aber man kann doch nur den Sensor hochhalten Den einzigen, den ich nicht spielen kann Das Kapital, Alter Nö Marcel, tanzt Ja, wow Danke, Marcel Was ist der? Was ist der? Schwarz-Weiß, ehrlich Ich wollte krass aus Ja, für was danke Gern geschehen Einfach so Als wir irgendwie auch so ein bisschen Schlacheldraht gelegt haben Statt zu Oh mein Gott Du hast mich gesehen, musst du starten Oh mein Gott, nein Kann nicht wahr sein In echt? Oh Gott, ich hab fast ein Ding angelegt geworfen Moment, ich tu hier eine Drohne Riech es Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie Drohne safe Abidabbi? Abidabbi Pichami Pichami Du kannst ja mal durchbauen Wo soll ich denn gucken, ob wegkommen Ich hab irgendein L-A-Ding, glaube ich, kaputt gemacht Kann das sein? Schon wieder? Ja, ich hab Schroub an der Wand Entschuldigung Ja, die Dinger sind Ulperwan Ulperwan Ein Loch, ein Loch Tschüss Riff, morse Da steht ne Ash, ich hab die mal umgebracht Ja, mach das Wieso ist hier eigentlich alles zu? Ja, ich hab zugemacht Bei mir kommt irgendwas Nein Dann erstmal Der langen Außengang bei B ist nichts Ist... Oh Äh Ja Moin Moin Tolle Inspektion oder so Ich fahm wieder zu Achso, das ist ja Den hast du schon Aber da war noch einer Securitor Securitor Unten Eckt unter uns Weiß nicht, die Sauberräume sind das, glaube ich Vorne Haupteingang Was? Ja, ist okay, Max Ich glaube, man versteht nichts Einer ist im Computerraum hier Im Kontrollraum auf dem Flur Geht jetzt ins Büro gleich rein Fuse Ja, läuft da unten lang Der ist da wieder zu Fuck you Enten Nach hinten Weggelaufen Ja Ich seh eine Nachdencam Der ist jetzt hinten bei der Stair Jetzt sind zwei bei der Stair Bitch rennt raus aufm Balkon Hat die Cam geholt Warum auch immer die das wusste Du ist halt jetzt Blau leuchtet Wenn du reinguckst Du ist es beim Balkon Wer markiert denn da? Ich? Man soll doch die scheiß Kameras suchen, man Ja Warum bist du weggelaufen? Ja, weil ich dachte Du schaffst es allein Du hast die andere Bombe absehlt Die beide vor der einen Bombe sind Was willst du bei der anderen Bombe? Vielleicht verschieben die Vielleicht springen sie sich mal selber Hallo Wollt ihr nicht mehr? Ich glaube, die wollen nicht mehr zu mir Meine Freunde fielst Batman Ich bin hier in der Schule Ich bin hier in der Schule rausgelegt Büro Oh Oh Also ist das halt Wenn man mit so Loops wie Max spielen muss Die sich immer holen lassen Wie? Oh Down to 15 seconds Der deal Ich weiß Unter dir Wunderbar Ich hab geklauert Ja, nach sowas Marcel Guckt da dann hin Das ist dir schon bewusst Ja ich glaub euch Unter dir Ich hab genau was hell sagen, ey, ich spiel mit dem Feuer. Ich hab mich verunsichert. Unter dir. Ja, weil ich manchmal bei Steps eh so gefühlt taub bin. Firmheit Fettcher, bitte. Nee, willst du mich class? Ich werde den Entschärfer nehmen. Ihr habt fast hier runterverkackt, ey. Am besten meiner Mords, der macht erstmal schön noch ein Bild mit seinem tollen Handy. Handy? Ja, was soll das sonst sein? Das ist ein extra produzierter Sensor. Ein Herzschlag-Sensor, steht auch dran. Ist ein Handy, ja. Handy. Hat die Herzschlag-App installiert, weißt du? Ja. Wie da oben? Puls. Heute. Mit Handy. Voll. Wie groß ist das denn? Ist das das erste oder was? RIP, Handy. Hä, was? E-Drone? Hahaha. Du magst wohl zu viele Hentai. 25 Punkte. Wie kommt, wie kommt hier her? Ich glaub, so leicht in die letzte Runde wird es nicht. Da kommt einer raus, aber ich hab den gesehen. Einer muss sauber aber von unten aufpassen. Ich hab Angst, dass die jetzt jemanden haben, der von unten dann durchschießt. Könnte durchaus passieren, aber könnte durchaus auch nicht passieren. Das ist hier die Frage. Ah, die Frage ist? Wie heiß ich? Wo ist der Termite? Äh. Braust du mich? Wo ist er denn? Warte. Ich hab ne Sprengmine zerstört. Oh Gott. Da ist ähm, Jäger oder sowas. Ich weiß nicht, weil ich richtig bin. Ist weggelaufen. Oh mein Gott. Ich hab ein Ding eben zu sich gekriegt. Ich auch. Diesen komischen Kolben da von der. Haben die Mira oder so? Die haben unten aufgemacht auf jeden Fall. Der Flynn messert erstmal wen weg. Soll ich was auch machen jetzt? Ja, mach euch jetzt auch. Müsste einer vorher unten rein. Braucht ihr mich noch, wenn ich geh schon runter? Nee, du kannst runter. Die Wand rechts von mir ist nicht verstärkt. Da ist nur ein Fenster drin. Da wird einer hinterm Fenster stehen. Wenn ihr da mal durchspoilt oder so. Ich weiß, wir unten gern bei der Mira-Scheibe blenden. Der hat sich nicht durch. Also unten ist abgesäuft. Er hat auf jeden Fall keine Smokes mehr. Bleib ruhig, lass mal den Smokes weg... wegziehen. Hä, wie kann der denn da durchschießen? Weil es nichts verstärkt kommt. Er steht vor mir. Ich sollte von unten abhauen, ich war unten. Smoke, irgendwo mitten im Raum. Huuuh! Wieso, geht doch! Ich dachte so, wo es hat. Fenster! Ey, das kann man gar nicht haben, ey. Das ist einfach nur Lack, dass der Gegner geradezu schlecht war. Hallo, da schießt der. Aber okay. Also wir brauchen eine Ella, alles klar. Ne, ich nehm mal Gift mit dem Mensch. Nein! Was mach ich mal, Junge? Ich nehm mal Kapkantrat. Jetzt anderes gecallt wird. Wobei, ich nehm mal... Die Pussys sind eigentlich alle scheiße jetzt. Was, die Pussys? Ah, alles klar. Der mag keine Pussys. Was ist das denn für ein Mensch? Na, Junge, ins Lüftungsraum. Ins Lüftungsraum. Junge! Macht ihr jemanden umziehen? Umziehen? Umziehen. Und soll ich denn umziehen? Am besten weit weg. Am besten weit, weit weg. Ja, das wäre nicht so schlecht, dass... Hier bitte die Wand aufmachen. Ach so, das kann ich selber. Lass mal schöne Kondome. Haube! Sorry! Warum, Marcel? Was denn? Wir haben jetzt zwei, die unsere Kontaktgranate da verbraucht. Hast du die auch da drauf? 30 Stunden! Ja! Genau, zur selben Zeit! Maus ist das nicht voll, eh? Unser Anführer mich wegsprengen wollte. Mutwillig. Mach ich mal mit Fug. Easy going. Wenn dies, komm hier mal hin. Mal weg gegen die Wand. Wall secure! Wall secure! 2 feet! hull bin running! X3 Ist die Wall secure? Oh. Nein. Oh! War wieder Teamgerät zerfstert. Ja, genau. Anke... Ich hab mal doch nicht geplantet, also kann auch bei mir kaputt sein. Du hast es geschafft, in 3 Runden meine Elterdinger kaputt zu machen. Ja, kann ich was dafür? Einmal hab ich eine fucking Tür zugemacht mit Brettern, und das andere hab ich auf eine Wand stromstellt. Mit Brettern? Entschuldige. Ich dachte mit Stoff, ey. Und Schnaps. Die deportieren eine Twitch-Drohne, bei mir kommen auf jeden Fall welche. Hier ist ja schon offen, alle. Alles. Das ist auch was gut, oder? Komm. Da oben sind auf jeden Fall 4 Leute, mindestens. Oh no. Alter. Ah shit, eine ist durchgelaufen. Den Gang lang. Ah shit, mein Gott. Mein Gott, was nacker wieder. Oh shit, die pusht mich. Eine ist im Raum. Ja, eine. Ja, die kann man auch rein. Ja, das hab ich jetzt auch gerade gemacht. Da ist einer meiner Fallen gelaufen. Der kann nicht mehr viel Leben haben. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Dafür geb ich dir gerne mein MVP ab. Für diese Leistung. Aber ich glaub auch, er hat gecheatet. Ich glaube da muss ich jetzt mal ganz klar hier unverdächtiges Verhalten melden. Gut, damit du irgendwie wirst du schon wissen, dass das nicht mal wieder bei deiner oder unserer Folge, weil wir uns nicht sehen. Bis zum nächsten Mal. Laberst du in deinem Video wirklich so? Fl 수가. Wir sehen uns mal wieder.